In der Trainingseinheit Polynomiale Regression mit Rückwärtselimination befinden wir uns auf der Hochgeschwindigkeitsteststrecke der Smartboard AG. Auf dieser Outdoor-Teststrecke, die sich bergab über mehrere Kilometer erstreckt, soll der Einfluss folgender Parameter auf die maximal mögliche Geschwindigkeit eines Skateboard-Prototyps getestet werden. Die Deckbreite in Millimetern, der sogenannte Deckflex als Maß für die Elastizität der Skateboarddecks in den zwei Stufen Medium und Hart, sowie die Rollenhärte. Die Rollenhärte wird hierbei nach dem genormten Härteprüfverfahren nach Shore ermittelt. Hierbei wird ein Metallstift mit einer geometrisch genormten Kegelstumpfspitze und einer genormten Federkraft und einer entsprechenden Einwirkzeit in die Rollenoberfläche eingedrückt. Und je größer der Widerstand der Skateboardrolle gegenüber diesem Eindringen des Metallstiftes ist, umso größer ist entsprechend der erreichte Härtewert der Skateboardrolle. Das zentrale Ziel für uns in dieser Trainingseinheit wird es somit sein, herauszufinden, welche der drei genannten Einflussgrößen, auch Prädiktoren bezeichnet, unsere Antwortvariable, in unserem Fall die Härte der Rollen, signifikant beeinflussen. Wir werden hierzu zunächst einmal mit dem sogenannten Matrixplot arbeiten, um uns vorab einen visuellen Eindruck über mögliche Trends und Tendenzen zu verschaffen. Wir werden dann mithilfe des Korrelationsfaktors nach Person die Ausprägung der festgestellten Trends und Tendenzen zahlenmäßig beurteilen und anschließend mithilfe der sogenannten polynomialen Regressionsanalyse unser entsprechendes Varianzmodell aufbauen. Im Rahmen der Auswertung unseres Varianzmodells auf Basis der klassischen Güteparameter werden wir auch in diesem Zusammenhang weitere Güteparameter kennenlernen, wie zum Beispiel den Presswert oder den Mellows-CP-Wert. Anschließend werden wir die für eine Modellanpassung sehr wichtige Methode mit der Bezeichnung Rückwärtselimination kennenlernen, um nicht signifikante Therme aus unserem Varianzmodell zu entfernen. Und abschließend die im Tagesgeschäft sehr hilfreiche, effiziente Option der automatisierten Rückwärtselimination und die sogenannte Regression der besten Teilmengen kennenlernen, so dass wir abschließend mit den vorliegenden Ergebnissen eine sichere Aussage darüber treffen können, wie stark die jeweiligen Einflussfaktoren die Rollenhärte beeinflussen. Am Ende unseres Praxisszenarios angekommen, fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Trainingseinheit abschließend kurz zusammen. Ziel dieser Trainingseinheit war es, den Einfluss unterschiedlicher Einflussgrößen auf die maximal erreichbare Geschwindigkeit eines Skateboard-Prototyps zu untersuchen. Unser Datensatz bestand hierbei aus 25 unterschiedlichen Parameter-Konstellationen mit den zugehörigen maximal erreichten Geschwindigkeiten. Mithilfe eines Matrixplots haben wir uns zunächst einmal einen visuellen Überblick über mögliche Trends und Tendenzen der vorliegenden Daten verschafft, anschließend mithilfe des Korrelationskoeffizienten nach Person die Ausprägung der festgestellten Trends und Tendenzen auch zahlenmäßig charakterisiert, anschließend mithilfe der polynomialen Regressionsanalyse das entsprechende Varianzmodell erzeugt. Mithilfe der sogenannten Rückwärtselimination haben wir dann nicht signifikante Terme aus unserem Varianzmodell entfernt und haben bei der Gelegenheit die zeitsparende Möglichkeit einer automatisierten Rückwärtselimination kennengelernt. Haben auch zusätzlich die ebenfalls für die Praxis sehr nützliche Regression der besten Teilmengen kennengelernt, die besonders dann nützlich wird, wenn im Rahmen einer Prozessoptimierung Randbedingungen vorgegeben sind, zum Beispiel aus betriebswirtschaftlicher Sicht oder aus Zeitgründen, so dass wir mit der Regression der besten Teilmengen aus einer Menge von signifikanten Einflussgrößen nur eine bestimmte Teilmenge von Einflussgrößen identifizieren konnten, und zwar auch nur die Einflussgrößen, die am Effekt stärksten unsere Antwortvariable, in unserem Fall die Höchstgeschwindigkeit, beeinflussen. Haben bei der Gelegenheit einige weiterführende statistische Güteparameter kennengelernt, wie den Presswert und den Mellows CP-Wert, und konnten so final zwei nützliche Regressionsgleichungen an das Team der Teststrecke abgeben, damit das Team durch gezielte Veränderung der Härtewerte die Geschwindigkeit der Skateboard-Prototypen steigern kann. Final speichern wir noch unsere Analyseergebnisse als Projekt ab, indem wir unter Projekt Speichern unserem Projekt den Namen Speedboard vergeben, um ohne Datenverlust unser Projekt zu schließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017